Hier sehen wir, was mit Sicherheit passiert, wenn man versucht, eine geschüttelte Limo-Dose aufzumachen. Na super! In einer Limo-Dose befindet sich Sprudelwasser unter Druck. Die Kohlenvergasung findet statt, indem man das CO2 unter Druck in Wasser löst. Schütteln wir, drängen sich Millionen kleiner Bläschen gegen die Doseninnenwände und wollen nichts wie raus. Wenn wir die geschüttelte Dose eine Zeit lang stehen lassen, stehen lassen, stehen lassen, stehen lassen, stehen lassen, steigen die Bläschen an die Oberfläche. Deswegen ist es auch einfach, eine ungeschüttelte Dose aufzumachen. Allerdings gibt es eine ganz einfache Lösung für jedermann. Schauen Sie, beeindruckend, nicht? Gut, wir sind nicht gemein, also verraten wir Ihnen das unglaubliche Geheimnis. Es reicht aus, wenn Sie einfach einige Male mit Ihrem Fingernagel oder einem anderen zugespitzten Gegenstand leicht auf die vorgestanzte Öffnung der Dose klopfen. So lösen sich die Bläschen von den Dosenwänden und steigen ganz brav an die Oberfläche, ohne zu sprudeln. Nicht schlecht, was? Und das funktioniert mit Cola, Pepsi, Orangina, Schwebs und jedem anderen sprudelnden Getränk. Selbst mit Bier. Äh, nee, naja, eigentlich nicht 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 mit Bier. Äh, nee, naja.